Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Uhr morgens und Philo war dein Auto wieder. Das war da gepackt. Die haben das nachsehen. Das hat mich abgeschleppt. Auch ein behinderterer Fahrschluss. Ich hätte das auch noch. Ich muss den erstmal aufmachen. Ey, der hat jemand aufgemacht. Und der hat erstmal in der Kaffee kommen. Dieser Junge ist richtig bekloppt. Ey, netto, mach auf. Netto, mach gerade auf. Ja, Mann. Ey, da ging gerade Licht an. Ja. Dieser Junge kommt gerade nicht klar. Ich war nur bloß auf den Hintern, ey, da. Ich war nicht gar nicht. Ich war nicht gar nicht. Soll ich dich anslubsen, Uwe, Leop. Ja. Manchmal war ich aber nicht. Nein, nein. Ja, ich habe mir gedacht. Ja. Ja. Du bist ne Schnau. Hör mal, Mann. Tokio-Drift, Alter. Immer noch wieder fühlt. Ich habe jetzt mal alles aufgeführt. Ich gehe doch morgen wieder rum. Ich gehe doch morgen wieder rum. Schleppt haben, ne? Nein, ich bin nicht mehr, glaube ich. Du bist blau, guck deinen ja kann. Mal gucken, wie viel kmh ich, wo, auf wie viel kmh ich steh, komm, es sind jetzt 5. Nur die Lenkung klappt nicht, wie du willst. Du kriegst sowieso hin, ne? Was, wenn nicht? Wenn doch, dann haben wir ja was sehen. Schreib jetzt in die Kommentare, ob er hinfliegt oder nicht. Ich sag, er fliegt auf jeden Fall hin, weil er so doof ist. Nimm schon mal mein Handy und gib schon mal alles dein Feier an. Nö, ich lach dich aus. Fühl mich nochmal an. Oh, 10! Ja! 10! Das sieht so lächerlich aus, ne? Was? Schau mal da aus, du! Weißt du, die teuer, da warst du? Kostenlos. Nein! Ich hab nur Kellerrad-Rabatz gekriegt. Normalerweise 25.000, ich hab's für 1 gekriegt. Du gehst jetzt mal runter, ich zoome dann so, ne? Aber warte dann auf mich da unten. Lauf doch schon vor. Oder war, ich krieg das Auto zuerst? Nein! Geh ich runter, dann kommst du nach mit dem Auto. Ich geb meine Autoschnitten nicht ab. Mann! So, ich renne für dich. Der Junge so hohe. Ich hab jetzt mal kein Diss auf der Klappe. Okay. Hä? Okay. Boah, bist du schnell. Ich mach grad ein Rennen gegen einen, aber ich weiß nicht, ob ich mich gleich nochmal überrunde. Oh, ich hab mich noch fallen gefahren. Ja, Mann. Ich hab umvergottet. Guck mal, die Kamera, ganz traurig. Was war das? Oh, du hast nur noch. Ich hab mal die geile Namen. Malo, auch kein Rückspiegel. Aufsache immer. Kau um mich vor so einen Stecker. Ich weiß, 5,5 Euro sein als Fett. Kriegst du nicht, ihr gebacken. Auto. Da. Du fährst auf einen. Stolz wie Philipp. Malo, jetzt muss ich wieder zoomen in deine hässliche Fresse. Ich bin kein guter Kameramann. Ich weiß nicht. Mach schnell. Mach schnell. Bus kommt. Fährt Bus hier lang? Ja. Ja, Bus kommt. Alter, das fährt hier lang. Ja, hab ich doch gesagt. Da kommt auch einer. Ja, das neigt sich auf den Auto, man. Guck mal, das ist unser Geländepauch. Ja, Mann, so ein. Ein Auto für alle Fälle. Auto, ey. Auto. Ich hab voll Hunger, Mann. Ja. Ob Sache, meine Cousine hat voll lecker Pizza gemacht heute. Selbst gemacht. Geh mal da hin. Das ist aber ungelogen ganz einfach. Ich zieh dich mit meinem Porsche ab. Hast du dir wieder geguckt? Hau auf 6. Nein. Doch, Mann. Es ist ein ganz normales Trade-Auto. Du bist der Beweis, dass die Menschheit dumm ist. Bin ich dumm, ich bin Typ. Ich brauch wenigstens laufen. Und ich kann sitzen. Ich soll werten, dass es mehr anstrengend ist, als wenn ich jetzt normal bei dir... Guck mal, ich bin im selben Tempo. Und ich lauf nur. Ich bin nochmal am Schwitzen. Ich werde mich zweitern. Und dann. Uh. Dieser Junge halt. Keine Hobby. Ey, wenn jetzt steh... Stell mal vor, du kriegst Cowl. Verstanden? Scheiße. Dann muss ich ihm 10 Sekunden reißen. Ja, Mann. Aber du hast keine Lastreifen, Mann. Nimmst ein Lenkrad. Ist mal nicht ganz rund, ne, aber... Ich hab schon. War nicht passend gemacht, Mann. Kannst du deinen Wee-Di damit? Ey, deine verkrumpften, goldenen... Klar war ich verkrumpft. Deine goldenen Felgen, halt auf uns! Kannst du deinen Wee-Di damit, da kann ich nicht jedes Auto machen. Boah! Ich muss doch nicht schreien. Du bist nicht Straßenkind. Die Rettung fauglich, aber... Stopp! Stopp, die, oder was? Ey, mein Krieg ist für Wettel. Eins gegen eins. Komm, wer zuerst aufgibt. Ey, der fährt doch falsch die Richtung, du hast gewonnen. Ja. Aber ich glaube, der ist schon wieder zurück auf den Weg. Warum? Aber... Da hinten ist noch die Verteilerkarte, das ist verrückt. Was machst du jetzt, wenn du von beiden Seiten Autos kommst? Soll ich den Böhren lassen? Mach. Da lang oder da lang? Hä? Da lang oder da lang? Lass mal da lang. Ich kann es voll abgehen. Ich kann es voll abgehen. Wo er Philipp trifft. Guck mal, wie es brennt es mal. Also bitte hier. Hast du nicht? Win Diesel, du kannst nicht mal. Hier. Du bist durchstattern, Alter. Ich filme gerade vorher was Besseres als dich. Guck nach oben. Geil. Fliegt nicht mal hin. Das ist geil. Das sieht aus wie so ein Vogel, der fliegt. Fliegt nicht mal hin. So Flügel. Hä? Fliegt nicht mal hin. Du hast nicht gesagt, wie schnell. Schnell. Warte. Da muss ich mir nicht recht. Ich muss voll den Wüsten nehmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Warte. Okay. Okay.